Ich bin der Chief Destination Generator bei SERP Travel Überraschungsreisen und Mitarbeiter des Monats. Eigentlich schon seit immer. Ich bin nämlich zuständig für die zufällige Auswahl der Reiseziele. Start-Fill-Schiessen ist meine exklusive Aufgabe hier in der Firma. Volltreffer! Bei jedem, der Top of the Game in seinem Bereich ist, hat das auch Auswirkungen auf den Alltag. Und das begleitet einen auch 24-7. Volltreffer! Volltreffer! Bei uns in der Überraschungsreisbranche gibt es starke Saisonschwankungen. Darum muss man immer ready bleiben. Volltreffer! Jetzt ist der Fall wieder rosten. Ja, das ist immer wieder eine Herausforderung. Ich sage ja immer, der Fokus ist der beste Kuss. Autsch! Entschuldigung! Toll! 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 Bole!